Die Gesegneten Die Trompete Gottes Trumpet Call of God Weitere Erklärungen betreffend Segen von dem Herrn, unserem Gott und Erlöser Auszüge aus den Briefen Alles, was aus dem Mund des Herrn, eures Gottes kommt, ist ein Segen für alle. Ein Lied für all jene, die Ohren haben und hören. Eine Vision für alle, die Augen haben, um meine Herrlichkeit zu sehen. Gemalt mit dem Wort meiner Herrlichkeit. Eine überströmende Quelle in jenen, deren Herzen weit offen sind. Es steht geschrieben, der Mensch soll nicht vom Brot allein leben, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Matthäus 4,4 Gesegnet sind jene, die mich suchen. Gesegnet sind all jene, die ihre Häupter gen Himmel richten und ununterbrochen aufschauen in Erwartung des Kommens des Herrn. Sie werden sicherlich gegangen sein von diesem Ort. Gesegnet sind die Weisen, die warten und beobachten und sehen, wie diese Dinge im Laufe ihrer Generation geschehen. Gesegnet sind die Treuen, denn sie werden hochgehoben werden. Gesegnet ist jener, der seinen Weg zu mir findet, ohne die Hindernisse der Menschen. Gesegnet sind jene, die eifrig nach Gott suchen, denn sie werden mich sicherlich finden. Aber versteht dies, ich bin auch er, der jene, die er liebt, korrigiert und diszipliniert. Gesegnet ist der Mensch, der vor mich kommt und beschämt und betrübt ist über seine Sünden. Gesegnet sind jene, die an mich glauben. Gesegnet sind jene, die die Perle niemals verloren haben, sondern sie ihr ganzes Leben nahe hielten. Ich bin kein Gott der Gewalt, denn das, was ich gebe, muss freudig empfangen werden. Und wie gesegnet sind jene, die wirklich empfangen haben, denn grosse Freude erwartet sie, bald hochgehoben, hoch auf heilenden Flügeln. Gesegnet sind jene, die glauben, ohne zu sehen. Sie haben ihre Belohnung empfangen. Gesegnet sind jene, die ihr Vertrauen in Gott setzen und in seinem Sohn bleiben. Denn sie werden Segen über Segen empfangen, Gnade über Gnade und Weisheit mit komplettem Vertrauen. Gesegnet sind jene, die an mich glauben. Noch mehr gesegnet sind jene, die mich ganz umarmen und in meinen Wegen wandeln, denn sie werden wegfliegen. Geliebte, ich habe euch schon errettet, indem ich das Lamm Gottes sandte, erschlagen vom Fundament der Welt an. Er war in die Welt gekommen und ihr wolltet ihn nicht empfangen. Gesegnet sind jene, die ihn empfangen haben. Gnade deckt sie zu. Schaut, er kommt wieder und ihn habe ich ausgegossen über jede Nation. Doch ihr seid beleidigt wegen ihm. Gesegnet sind die Durstigen, die ihn nicht getrunken haben aus seinem Becher. Sie sind angefüllt mit seiner Herrlichkeit. Schaut, er wird hinausrufen und er wird sicherlich einsammeln. Doch ihr werdet ihn weder sehen noch hören. Gesegnet sind jene, die ihn sehen und hören. Denn sie werden sicherlich gegangen sein von diesem Ort. Wie es nur ein Weg und nur eine Wahrheit und nur ein Leben gibt, so kann es auch nur eine Weisheit geben. Gesegnet sind jene, die ihn wählen. Gesegnet sind die Füsse jene, die das Evangelium des Messias zu den Hungrigen und Durstigen bringen. Noch mehr gesegnet sind jene, die das essen und trinken, was ihnen angeboten wird. Gesegnet sind jene, die reine Herzen haben. Denn sie werden sicher mein Gesicht sehen. Gesegnet sind jene, die nach meinem Kommen Ausschau halten und mich eifrig erwarten. Gesegnet sind ihre Augen, obwohl sie erst noch sehen müssen. Denn sie haben verstanden. Gesegnet sind auch ihre Füsse, denn sie wandeln auf der Schnellstrasse, die heilig genannt wird, und sie zögern nicht. Seht, sie folgen dem Herrn, und sie gehen, wo immer ich sie hinführe. Schaut, sie sind vom Gericht ins Leben übergetreten, und ich habe den Weg bereitet. Ja, Hushua ist das Geschenk, den ihr Jesus Christus nennt. Gesegnet sind jene, die ihn kennen und annehmen. Es gibt nur einen Namen unter dem Himmel, durch welchen ihr errettet sein müsst. Und wie gesegnet sind jene, die ihr Vertrauen in ihn setzen. Gesegnet sind jene, die von mir empfangen haben. Gesegnet sind die Demütigen, denn sie werden das Königreich auf der Erde ererben. Gesegnet sind jene, die den Namen des Herrn segnen, und glücklich sind jene, die seinen Namen ständig auf ihren Lippen haben, leben ohne Ende für all jene, die den Namen des Herrn anrufen und immer danach streben, in seinen Wegen zu wandern. Und seine Gebote zu halten, völlig an der Frucht des Geistes teilnehmend. Gesegnet sind jene, die gekostet und gesehen haben, denn sie haben von der göttlichen Gabe empfangen. Der Herr selbst wird ihr Erbe sein, für immer. All meine Diener sprechen, bewegen und hören mich durch meinen Geist. Und nur durch den Sohn werden meine Kinder mich kennenlernen, wie ich wirklich bin. Und wie gesegnet sind jene, die ihn kennen, denn sie lieben ihn und gehorchen seiner Stimme. Sie haben wirklich von ihm empfangen, auch von seinem Geist, der Geist Gottes. Gesegnet ist der Mensch, der aufrichtig bereut und sich auch von den Wegen seines Fleisches entfernt. Und glücklich ist der Mensch, der den Herrn mit seinem ganzen Herzen, mit all seinen Gedanken und mit all seiner Kraft liebt, denn er kennt das Königreich des Himmels schon und wird bald eintreten. Gesegnet sind jene, die vom echten Brot essen und laufend aus dem Brunnen der lebendigen Wasser trinken. Sie werden das ewige Leben ererben. Gesegnet sind jene, in welchen ich von mir selbst sehe, denn sie sind bereits vom Gericht ins Leben übergetreten, für immer zu meiner Rechten sitzend. Gesegnet ist der Mensch, dessen Name im Lebensbuch geschrieben steht, denn er wird ewiges Leben ererben und sein Name wird für immer bestehen bleiben. Gesegnet sind jene, die den Geist Gottes haben, denn Gott wohnt in ihnen. Gesegnet sei der Name des Herrn. Gesegnet sind jene, die seinen Segen empfangen. Noch mehr gesegnet sind jene, die gesegnet sind in dem Segen, den ich zu ihnen gesandt hatte. Denn sie sind mit dem Geist der Wahrheit getauft und mit dem Blut berieselt, womit ich alle Nationen gesegnet habe, all jene, die bereit sind, zu empfangen. Gesegnet sind jene, die mich umarmen, denn sie werden an meiner Güte teilhaben, ja an allem, was mir gehört. Gesegnet sind jene, die mich anbeten. Gesegnet sind all jene, die ihre Stimmen gen Himmel erheben und mir vollkommenes Lob darbringen. Gesegnet sind jene, die mir ohne Unterbruch danken, in meinem heiligen Namen. Ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Noch mehr gesegnet sind jene, die sich niederbeugen und die Füsse meines Sohnes küssen. Ihre Sünden sind ihnen vergeben. Denn jene, die den Sohn Gottes umarmen, haben das Himmelreich berührt. Ewiges Leben ist ihre Belohnung, im Einssein mit dem Messias verweilen, für immer. Gesegnet sind jene, die in Dankbarkeit anbeten, indem sie Dank darbringen für die Geburt meines Sohnes. Noch mehr gesegnet sind jene, die anbeten und Dank darbringen für seinen Tod und seine Auferstehung. Gesegnet ist jener, der meinen Namen verehrt und mir vollkommenes Lob darbringt. Denn ich komme schnell, sagt der Herr. Ich bin der Erste, schaut, ich bin auch der Letzte. Gesegnet sind deshalb all jene, die sich vor mir niederbeugen. Denn in ihnen wird das Sehvermögen vollkommen gemacht und das Wort errichtet sein, genauso wie es am Anfang war und genauso wie es am Ende sein wird. Deshalb vertraut mir, denn ich bin er. Gesegnet sind jene, die in meinen Wegen wandeln. Gesegnet sind die Söhne der Menschen, die sich niederbeugen. Gesegnet sind all jene, die den Herrn fürchten. Gesegnet sind jene, die mich wirklich kennen und die meine Worte beachten und sie tun. Gesegnet sind auch all jene, die sagen, Ja, Herr, zu jeder Anordnung und Verkündigung, immer bemüht, jedem meiner Gebote zu gehorchen. Denn ihre Belohnung kommt, sie kommt sehr schnell. Gesegnet sind jene, die den Segen Gottes akzeptieren und in seinen Wegen wandeln. Gesegnet sind jene, die in die Ehe gegeben und in der Ehe empfangen wurden, die meine Gebote halten. Denn sie werden Liebe, Mitgefühl, Verständnis und viel Freude und irdische Erfüllung erleben. Gesegnet sind jene, die zu mir laufen, denn sie werden gesegnet sein in meiner Gegenwart. Noch mehr gesegnet sind jene, die zu mir laufen und an meinem Wort gehorchen, denn ihr Segen ist vollkommen und sie sind im Frieden. Errettung werden sie sicherlich kennen. Gesegnet ist jene, der den Herrn fürchtet und Freude findet an seinen Geboten. Gesegnet sind jene, die tun, was sie gehört haben. Denn diese leben im Glauben und durch ihr Beispiel werden viele zur Erlösung geführt werden. Jene, die meiner Stimme folgen, werden darin gesegnet sein. Gesegnet sind jene, die den Herrn lieber fürchten als die Menschen und an den Geboten Gottes viel Freude haben. Gesegnet sind jene, die antworten, Ja, Herr, denn ihr Glaube ist offenbart. Gesegnet sind jene, die beten, Dein Wille werde getan, Herr. Denn sie haben grosses Vertrauen. Gesegnet sind jene, die sagen, Amen, Herr, zu jeder Zeit und in allen Jahreszeiten, denn sie haben verstanden. Gesegnet sind jene, die wissen, dass ich bin, wer ich bin. Sie werden Frieden haben. Oh, wie gesegnet sind jene, die von der Gnade empfangen haben und sich bemühen, den Vater zu erfreuen, indem sie seinem Gesetz gehorchen und die Menschen so lehren. Gnade und das Gesetz. Gesegnet sind jene, die Vergnügen finden an meinen Sabbaten, die sich freuen, das zu tun, was richtig und gut ist, an meinen heiligen Tagen. Denn sie werden erneuert werden in der Gegenwart des Herrn. Gesegnet sind meine Diener, die sich bemühen, meinen Geboten ohne Zögern zu gehorchen, denn ihr Vertrauen ist offensichtlich. Gesegnet sind jene, die sich bemühen, mich zu erfreuen, denn an ihnen habe ich grosses Wohlgefallen. Gesegnet sind jene, die beim Klang meiner Stimme herauskommen, denn ich werde sie sicherlich zusammensammeln. Es sind in der Tat all jene gesegnet, die meiner Stimme gehorchen und das Wort meines Gebotes beachten, denn sie werden erste Teilhaber der Herrlichkeit sein. Es steht geschrieben, wer kann die Absicht Gottes kennen? Ich habe euch aber die Denkweise des Messias gegeben. Deshalb sind all jene gesegnet, die danach streben, in seinen Wegen zu wandern. Gesegnet sind all jene, die dieses Wort empfangen und ihm gehorchen. Sie werden abgesondert sein. Gesegnet sind jene, die sich fleissig bemühen, den Herrn, ihren Gott, zu erfreuen und seine Gebote zu halten. Sie werden hochgehoben sein. Gesegnet sind jene, die an der ersten Ernte teilhaben. Sie werden erste Teilhaber der Herrlichkeit sein. Gesegnet sind jene, die überwinden. Gesegnet sind jene, die überwinden um meines Namens willen. Für jene gibt es einen Ort grosser Ehre, wo sie zu Rechten des Herrn gesetzt sein werden, in seinem Haus für immer. Gesegnet sind jene, die ihr Leben in dieser Welt verlieren, meinetwegen. Sie haben ihre Belohnung. Doch wehe zu jenen, die sich an ihrem Leben in dieser Welt festhalten, denn alles, was sie haben, vergeht. Gesegnet sind jene, die geduldig ausharren um meines Namens willen. Sie erfüllen die Verheissungen. Gesegnet ist jener, der den Ruf des Herrn mit dem ganzen Herzen umahnt. Denn ein solcher Diener legt sein Leben jeden Tag nieder und erträgt sein Kreuz wie ich. Beim Aufwachen kniet er nieder zu den Füssen des Herrn mit einem offenen Herzen und offenen Händen und an diesem Diener erfreut sich meine Seele. Gesegnet sind jene, die ihr altes Leben kreuzigen und sich als lebendiges Opfer darbringen vor Gott. Denn ihre Gebete wurden im Himmel empfangen, als ein Denkmal vor dem Heiligen von Israel. Es gibt keine Geburt ohne Wehen, denn eine Geburt wird immer von vielen Wehen begleitet. Doch wie gesegnet sind jene, die durchhalten und ihr Herz auf das Ziel fixieren und den Schmerz ertragen, denn sie werden sicherlich ihre Belohnung empfangen. Gesegnet ist der weise und treue Diener, der keinen Gedanken daran verschwendet, wie er in den Augen der anderen wahrgenommen wird. Denn er gehorcht meiner Stimme und ist nicht bestürzt über die Blicke jener, die ohne Wissen richten. Er bemüht sich nur, seinen Meister zu erfreuen, ohne das Bedürfnis, eine Bestätigung von anderen zu bekommen. Gesegnet sind jene, die nicht Böses für Böses vergelten oder Verunglimpfung für Verunglimpfung, sondern lieber für ihre Feinde beten. Gesegnet sind jene, die keinen Groll hegen in ihren Herzen gegenüber einem anderen. In der Tat sind all jene gesegnet, die allen vergeben, die gegen sie gesündigt haben, denn gross wird ihre Belohnung im Himmel sein. Gesegnet sind jene, die mir dienen, wie ich sie geliebt habe. Gebt und ihr werdet auch empfangen, doch noch mehr gesegnet ist jener, der gibt und nichts zurückerwartet, denn dies heisst, in mir zu wandeln, in meinen Fussspuren. Gesegnet sind jene, die den Namen des Messias anrufen, in Aufrichtigkeit und Wahrheit, denn der Geist Gottes wohnt in ihnen. Gesegnet sind jene, die in ihm Zuflucht suchen, denn sie werden sie finden. Gesegnet sind jene, die den Sohn lieben und ihm gehorchen, denn sie werden sicherlich befreit sein. Gesegnet ist jener Diener von mir, der die Armen ausfindig macht, dessen Herz eifrig bemüht ist, dem Bedürftigen zu helfen, denn sie kennen meine Wege und streben danach, mich zu erfreuen. Gesegnet ist auch jener Diener von mir, der von dem Überfluss gibt, den er empfangen hat, denn er wandelt in meinen Wegen. Doch am meisten gesegnet ist jener Diener von mir, der von seinem Mangel gibt, denn er handelt gerecht. Er liebt Barmherzigkeit und er wandelt demütig mit seinem Gott. Jene haben in der Tat verstanden. Gesegnet ist der Diener von mir, der aus dem Überfluss seines Herzens gibt. Ein freudiger Geber, der weiss, dass alles, was er hat, mir gehört und alles, was ich habe, ihm. Gesegnet sind jene, die eifrig auf mein Kommen warten. Gesegnet sind all jene, die Wache halten, denn ich werde sie mit vielem segnen, eine grosse Erfüllung meines Geistes in ihnen. Seht, sie werden aufstehen und durch wüste Orte marschieren. Sie werden aufstehen, sagt der Herr der Herrscharen, und ich werde sie segnen und meinem Namen rumbringen. Gesegnet sind die Füsse jener, die ich sende, denn sie haben eine Botschaft von Gott empfangen. Der König wird aufstehen und die ganze Schöpfung wird sich niederbeugen, und er wird fröhlich auf die Freude in seinem Herzen blicken, und der Segen wird erfüllt sein. Denn er wird sie segnen und bewahren und sein Gesicht auf sie leuchten lassen. Er wird grosszügig sein mit ihnen und ihnen Frieden gewähren. Und so wird mein Name auf die Kinder Israels gelegt sein, ja, auf alle, die eingepfropft wurden, und sie werden gesegnet sein. Ja, sie werden überaus froh sein und in der Gegenwart des Herrn verweilen, für immer. Deshalb sind all jene gesegnet, die Vergebung suchen, in Yahushua, Hamaschia, und sie auch empfangen. Denn in seinem Namen werden alle Freiheit finden, Trost im Schatten seiner heilenden Flügel. Leben ohne Ende, sagt der Herr, euer Gott. Erwann, Gott. Erwann, er hat eine heilige, die Herr, er ist in der Welt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020